Gut 14.000 Personalverantwortliche waren vom 25. bis 27. September in Köln zur Zukunft Personal zu Gast. Themenschwerpunkte waren Recruiting, betriebliche Weiterbildung und Personaladministration. Wir besuchen nun die Bertschad und Hundertmark Gruppe. Hallo Herr Hundertmark, schön, dass wir Sie hier auf der Personalmesse interviewen dürfen. Erzählen Sie uns doch etwas zu Ihrem Unternehmen. Ja, wir sind Spezialdienstleister im Bereich Personalumbau. Wir sind relativ lange in dem Thema schon unterwegs, sind von der Branche her in dem Bereich sehr erfahren und können alles das anbieten, was Unternehmen, wenn es darum geht, letztendlich beschlossene Personal-Umbaumaßnahmen umsetzen zu müssen, diesen Prozess konfliktfrei zu gestalten. Wo liegt Ihr Schwerpunkt? Letztendlich darin, eine Konsenslösung zu ermöglichen, die sonst in diesem oft sehr emotional geladenen und konfliktreichen Umfeld nur sehr schwer möglich ist. Eine Konsenslösung herbeizuführen über Ansätze, die auf der fachlichen Seite über die Möglichkeiten, die wir durch die Gruppenstruktur haben, gefunden werden. Und dahinter dazu beitragen, dass Mitarbeiter wirklich mit dem Arbeitgeber Konsenslösungen nicht nur anvisieren, sondern auch tatsächlich hinterher umsetzen. In welcher Region arbeiten Sie? Bundesweit. Wir sind bundesweit aufgestellt. Also wir sind in der Lage, überall vor Ort auch unsere Fachexperten-Teams anzubieten und hier zur Unterstützung der Unternehmen beizutragen. Vielen herzlichen Dank.